Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Mühlenkreis Mittelland. So, wir werden das mal alles hier wegbringen. So, wo wir mehr Licht hier erstmal einschalten können. So, mehr Licht hat das Ding nie. So, hier ist der Feldweg. So, ok. So, der DATUKANU ist leer. Den habe ich ja in der letzten Folge etwas vorgespult, bis das Zeck reif war. Habe den Rest abgeerntet. Und da geben wir jetzt das Zeck zurück. So, haben wir es hier weggegeben. So, hier ist die Spritze. So, dann machen wir da gleich mal was. Kurs. Spritzen. Feld. Elf. Hammer. So, das ist hier Düngen und Sehen. Ersten Wegpunkt. So, ich muss mal gucken, wie da jetzt ist der erste Wegpunkt. Sieht noch hier aus. So, dann werden wir das hier mal schnell mal flink mal machen. Und einstellen. So, jetzt den brauchen wir nicht. Das ist der hier. Der war soweit fertig auf der 13. Das ist jetzt nicht so schlimm. Den schieben wir schnell zum Feld 12 rüber. So, das machen wir dann erst wenn es hell ist. So, jetzt müssen wir unsere Spritzen schnell abschließen. Und dann kümmern wir uns um den Rest, wenn es wieder hell ist. Das ist jetzt nicht so schlimm. So, den brauchen wir nicht. Den brauchen wir jetzt. So. Du hast ein paar und 60% müsste eigentlich reichen für das Feld. So, wir sehen, dass wir nichts sehen. So, wir sehen, dass wir nichts sehen. Aber es macht nichts. Jetzt sind wir hier. Dann muss ich gleich die Straße kommen, hier. Genau, das meinte ich. Es ist nie viel heller, als der vorne ein Licht hat. Das zusätzliche Arbeitslicht. So, jetzt schnitzen wir schnell hier hoch ein bisschen. Hier aber schon ein bisschen mehr beleuchtet durch die gesetzten Lichter, die ich hier gemacht habe. Hier könnte man Fendel übrigens an die Halle setzen. Bei Gelegenheit aber ein bisschen normale Leuchte. Hier ist hell genug. So, den lassen wir jetzt für stehen. So. Du machst. Das ist mal in der Vorrunde. Du brauchst nur 10 Minuten. Du hast nichts zu tun. So, hier sollte man gucken, was man noch ansehen, was noch ein bisschen Kohle bringt. Und Raps bringen ins Viehere. Bleibt bei Soja. So. So, das ist jetzt so. So, das ist so. So. Zappen. Den haben wir nicht, den hier mal vor. So, wir haben den dabei gewaschen in der Zwischenzeit. Ich bin da jetzt so meine FPS rum, liegt das an dem Licht, scheint immer an dem Licht zu liegen. Ich brauche es halt ein bisschen heller, dann machen wir Reine, weil der geht demnächst weg, wenn dann nur eine halbe Stunde die Kohle kommt. So, den Anhänger noch ein bisschen, wieder sauber machen, der ist ja gerade keinig, ich habe keine Wartung und Pflege. So. Oder hier irgendwo war die Halle. Noch schnell, Halle, da muss ich mal Licht anmachen hier. So, ein bisschen Licht, nicht mehr Licht an. Tor schließen. So, damit wir wissen, wo wir hin müssen. So, damit wir hier in das. Achso, hä? Achso, äh. So, es wird stehen. Mega halt. Abk-halt-konfiguration. So, ich weiß, was das ist. Machen tritt weiß nichts. So, halt. Echt, ich zählst recht, okay. Farbe ändern Ändern ist Wert, heißt die Farbe, machen wir weiß, machen wir schwarz Brau, blau, ja ruhig, wenn wir haben So, das haben wir das besser unten ein bisschen farbig gemacht als im weiß So So, kurz zu machen hier So, ich mach mal aus Wo brauchst du noch 7,5 Minuten, 7, 8 Minuten noch Bist immer noch im Vorgewend, sozusagen Ach, so schuldig leister So, jetzt schnupst du dahinter, fäng ich schneller fahren jetzt auch Geschwindigkeiten vorn auf dem Feld und dann fäng ich 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 mal auf dem Feld Ich jetzt einfach mal immer noch mit dem Feld Und dann fäng ich auf dem Feld So, ich mach mal hier so kurz ich mach mal hier so controls das Ja, jetzt dafür So, komm, mache los hier und fertig werden. Fünf Minuten müsste es nur angeblich brauchen. Sieh zu. Ist er schon gespritzt, oder sehe ich das falsch? Wir färten dann noch mal die Runde, was hat er doch schon gespritzt, der Troll? Mach mich nie eil. Ist gefliegt worden? Das hat er doch schon. Ach, jetzt setzt er um. Du hast eine Technik, die begeistert kann, die XYZ. Nach vorne zu lassen. So, jetzt. Kommen wir mit dem Nassdinner. Sehen wir es vorne viel hier, weil dunkel und so. Machen wir es mal zu. Na, komm, gibt Gummi. Vier Minuten noch. Vier und halb. Lauf nicht recht, das ca. 36% haben wir noch. Im Tank und wie viel haben wir noch? Hundert. Hundert. Wann sie? Hundertzehn noch. Hundertzehn Wettpunkte. Ah, sieht gut aus, hat er gleich das Wendemanöver. So. 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 Wenn es da fertig ist, haben wir es. Ging's bums nach. Ich will aber zum Haus schon mal tappen. Farmhaus müsste hier sein. Genau. Besuche. So. Wart man passiert nur auf die Nachricht, bis er fertig ist. Das ist ja fix überhaupt nicht schreitig, die Dinger. Ah, das geht öff. Das geht öff. Ich gucke nochmal ein bisschen drin. Schlips mal hier lang. wie lange noch? 2 Minuten noch, da kann man gibt Gummi noch einen Schluck trinken, was haben wir jetzt noch? 60 Punkte noch verabschere, so fais ich jetzt noch mal Ah, er hat es gehofft leider, super, eine Minute noch, ich lasse das mal so auf dem Feld stehen, das ist mir erstmal egal, das räume ich dann am helligsten Tag weg und dann tausche mal aus der Serie, ein Quatsch, den, Aktion da können, schnell, 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 10 Punkte noch, also 13, 12, 10 noch, das Ende ist in Sicht, man sieht zwar nicht so viel, weil es stock und dunkel ist, aber das wollen wir es gleich ändern, ich wollte das jetzt eigentlich noch fertig kriegen, bevor ich hier irgendwas anderes mache, so und, er hat fertig, so tun wir abfahren lassen, zack, machen wir aus, speichern wir schnell mal, komm speicher schneller, jetzt muss ich die Formhaus besuchen, rein, jetzt haben wir es, so, das sind 1, das sind 2, 3, 4, 5, 6, machen wir 8 und schlafen, oh schön, schicke Einnahmen, schick, 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 Kreditzinsen müssen wir mal was zurückzahlen, gleich mal, genau, gleich mal machen, bevor wir es vergessen, Bank, was haben wir hier an Kredit noch, also, mach ich es vielleicht noch mal, einen Schlapper, den, 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 den hier, den hier, So, machen wir schnell noch einen Schlappertausch, das selbe Modell allerdings, aber halt aus dem DLC und er schnappt dann die Spritze, nicht nachher schon, das ist jetzt der Verkaufsbutton hier, und verkaufen, jawohl, zack, so, Shop, das war ein mittelgroßer, muss ich das sein, klar ist, da ist schon mal jemand hier, da kommt die mir, auf 170 GPS machen wir ja, und da ist er, so, die fahren wir schon mal weg, fahren wir schon mal ein bisschen auf, dass wir dann klein losstarten können, in der nächsten Folge, mit allem drum und dran. Das Ansehen geht dann auch los, dann werden wir den anderen holen, zum Unkraut vernichten, so, der bleibt uns hier stehen, so, oder, ne, 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 da haut er. Letzke, ab, zurück zum Hof. Der ist ein bisschen gleichmächtig dreckig. Soll nicht so eine schöne Anzeige ändern, aber, der wird, haben wir noch 100.000, 50.000 abgeben, könnten wir noch ein bisschen was hier tun. Soll ich so schon mal sackeln hier auf, ja. So, und dock ihn an. Ich finde einfach wurscht, dieses Glas DLC. Muss man hier einem Kollegen recht geben, mit den Animationen, hier Blinkeranzeigen und sowas, was innen ist, aber das stört mich weniger, weil ich fahr selten Innenansicht. Muss ich ganz ehrlich so sagen. So, aber ich komme jetzt erstmal zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Ja so. Wir abonnieren euch dazu.